Was ist die Geschichte des Maintal-Dörnigheim? Und meine Hobbys sind die Filmerei, das Lesen und das Internet bzw. die digitale Welt. Also ich habe bis jetzt in meiner Laufbahn im wirtschaftlichen Bereich gearbeitet und im sozialen Bereich und bringe da einfach sehr viele Kenntnisse mit. Und ich habe dort im sozialen Bereich dann dementsprechend auch schon mit, ich sage jetzt mal mit dem Staat gearbeitet, sprich mit SGB II, SGB III zurzeit. Ich habe jetzt nicht wirklich die Erfahrung von der Stadt, ganz konkret von der Stadt, aber das, meine berufliche Erfahrung sehe ich praktisch als Vorteil, weil man ja praktisch in der Stadt oder für die Stadt etwas Innovatives auch sucht bzw. einen innovativen Stadtrat sucht. Und da sehe ich die Chancen, dass diese berufliche Erfahrung, die ich mitbringe, dass die da vom wesentlichen Vorteil ist. Weil halt einfach, wenn man jetzt, ich sage mal 20 Jahre oder 10 Jahre in einer Struktur gelebt und gearbeitet hat, dann hat man auch nicht mehr so die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Und da sehe ich, wie gesagt, diesen Vorteil, weil ich schon über etliche Tellerrander geschaut habe und dieses Wissen, diese Erfahrung einfach mitbringe. Wenn Sie da gleich spielen, wenn ich das sage? Natürlich. Also ich habe jetzt nach meinem Studium als Sozialarbeiter dementsprechend, bin ich bei einem Freund in die Wirtschaft reingerutscht, in die Zeitarbeitsfirma, habe dort als Personaldisponent gearbeitet, habe somit dementsprechend schon viel Kundenkontakt in dem Sinne gehabt, auch viel Führungsaufgaben natürlich als Personaldisponent mit den Mitarbeitern gehabt. Ich denke mal, das Zeitarbeitsthema, das kennt jeder, wie das funktioniert. Es kann sehr, sehr stressig und sehr, ja, vielschächtig sein, sage ich jetzt mal. Danach war ich bei einem amerikanischen Telekommunikationsunternehmen, war dort dann vom kleinen Sachbearbeiter zum Business Analyst zu einer Stabsstelle dann aufgebaut, beziehungsweise habe ich da hochgearbeitet und habe dann dort auch vier Jahre beim Betriebsrat gearbeitet, kenne sozusagen die Gremiumarbeit. Also das ist jetzt, lichert sich nicht ganz so vergleichbar wie mit der Stadt, aber es ist zumindest mal in diese Richtung und da bringe ich da auch schon aus nationaler und internationaler Ebene die Gremiumarbeit mit an. Und dort habe ich dann auch dementsprechend, ich sage mal, ein Team aufgebaut, unsere Abteilung und habe das dann auch am Ende des Teams oder am Ende der Abteilung, weil das Produkt ausgelaufen ist, dann dementsprechend auch ausgelagert und war dort der Interimsmanager für diese Zeit, für diese Abteilung. Also ich sehe das als wesentlichen Vorteil an, weil wenn man seine Kindheit hier verbracht hat und ich habe hier meine Kindheit auch jetzt im Maintalbad verbracht, ja, also daher habe ich natürlich auch positive Erinnerungen daran. Und das ist etwas, was mit in eine Entscheidung reinfließt. Und das ist für mich eigentlich wichtig, dass ein Stadtrat dann auch aus dieser Stadt kommt, weil der ist dann, ich sage es jetzt mal dazu, natürlich geboren sozusagen und kann dann dementsprechend mit diesen Erfahrungen dann eine ganz andere Entscheidung treffen, als jemand, der als Retorte sozusagen hierher kommt von außerhalb und sicherlich auch seine Erfahrung und seine Vergangenheit hat, aber halt eben nicht mit der Stadt. Und das ist so ein bisschen, das ist so wurzellos dann. Also da finde ich schon wichtig, dass der Stadtrat auch eine Wurzel hat und die sollte natürlich dann in Maintal sein. Für mich ist es, also für mich hat es den Einblick, dass es so ist, dass der Stadtrat praktisch die städtischen Belange sich anschauen muss und dann dementsprechend die dann auch diese Projekte vorwärts bringen sollte, ja. Und das immer mit Absprache und dann auch mit einer kollegialen Absprache mit den Parteien. Also das heißt, es geht nicht darum, auch nicht seitens der Parteien, da irgendetwas aufgrund meiner Couleur dann durchzudrücken oder meiner Stadt Couleur, sage ich jetzt mal, durchzudrücken. Es geht einfach darum, dass man sagt, das ist ein Projekt für die Bürger. Und das ist für mich das Wesentlichste, dass man da Entscheidungen trifft von jeden Mitspielern sozusagen, die dann immer das Ziel haben, dass das für den Bürger ist, ja. Und zwar für die meisten der Bürger, ja. Wenn eine Parkbank irgendwo in der Ecke von Maintal für den einen total wichtig ist und er lässt sich dann von dieser, ich sage jetzt mal, Meinung nicht abbringen, weil es zu viel Geld kostet zum Beispiel, ja. Dann ist das für zu wenig Bürger gedacht und das müsste man dann halt ausdiskutieren, ob das nicht besser wäre, dann eine Parkbank vielleicht in die Mitte von Maintal zu stellen, ja. Also das muss schon für die meisten Maintaler dann einen Vorteil bringen, dieses Projekt oder das Ziel des Projektes. Und das sollte man dann natürlich dann, ja, ich sage immer, in jede Entscheidung dann mit reinfließen lassen, dieses Ziel immer vor Augen, um dann dementsprechend dann gemeinsam ein Ziel zu bestreiten. Es braucht keinen fachspezifischen Stadtrat, denn da gibt es ja die Abteilung, also die Dezernate dafür. Und da gibt es ja die Korophäen, sage ich jetzt mal, ja, die da dementsprechend das Know-how haben. Und es geht dann damit, dass man sich als Stadtrat und auch als Bürgermeisterin mit diesen Personen dann in Verbindung setzt, um dann gemeinsam dann dementsprechend das Projekt voranzutreiben. Also das heißt, ich finde, ein Stadtrat muss, wie gesagt, keine fachspezifischen Kenntnisse haben. Das hat die Stadt an sich, sonst gräbt man ja der Stadt vielleicht dann auch irgendwo das Know-how weg, ja. Also das sollte schon so aufgeteilt sein. Und dann würde ich das jetzt von der Einteilung her erstmal so lassen, wie es ist, um dann dementsprechend mit der Bürgermeisterin dann auch zu sagen, zu fragen, wollen wir da irgendwie was ändern? Also das würde ich dann im Gespräch mit der Frau Böttcher dann machen, um dann zu schauen, wer hat Stärken, wer hat Schwächen. Also da würde ich das aber im Moment erstmal so lassen, wie es ist. Ein Punkt wäre das, aber das ist ja noch von dem Personal her, von der Personaldecke her nicht so ganz abgedeckt im Moment, soweit ich informiert bin, und zwar die Kommunikation nach draußen. Für mich ist es absolut wichtig, und da mache ich jetzt nicht irgendwie einen Halt vor einer Position innerhalb der Stadt, für mich ist es wichtig, dass jeder, der bei der Stadt arbeitet, eine Kommunikation nach draußen macht, die ganz, ganz klassisch Kundenfreundlichkeit, ja, das ist ganz klar. Aber dass wir da auch praktisch für die Zukunft vielleicht einfach mal eine Art von Zeitung kreieren, eine Webseite, die nur von der Stadt gefüttert wird, oder für die Stadt gefüttert wird, da kann man sich auch noch mit den dementsprechenden Parteien darüber unterhalten, das ist überhaupt kein Thema. Aber das sehe ich für die Zukunft einer Stadt absolut notwendig, dass da auch, ich sage jetzt mal, medientechnisch, und damit meine ich, wie gesagt, die Zeitungen, und das Digitale, vielleicht in 50 Jahren nur noch das Digitale, muss man halt schauen. Aber das ist absolut notwendig, weil wir müssen auch, egal mehr, wer von wem gewählt wird, die Bürger erreichen, und das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt, den ich mit der Frau Böttcher natürlich dann mit der Bürgermeisterin besprechen würde. Also, gut, ich sage jetzt mal so, ich kann das jetzt momentan nur von außen beobachten, ganz klar. Ich finde, dass da eine definitiv engere Zusammenarbeit sein muss. Und zwar eine, ja, wie ich schon gesagt habe, dass das jetzt auf eine Toleranz von anderer Leuts Meinungen aufgebaut wird, dieses Gespräch, dieses Projekt, dieses Meeting, um dann dementsprechend, wie gesagt, ein Ziel zu verfolgen. Und das sollte, ich sage mal, enger sein oder kollegialer, man könnte verschiedene Synonyme dafür verwenden vielleicht jetzt, aber auf alle Fälle mehr, ich sage mal, mehr harmonisch in der Form, also nicht mit einer lieben, heilen, tollen Welt und wir streichen uns alle über das Köpfchen und alles wird gut, das sicherlich nicht. Man darf und man soll auch seine Meinung sagen, aber das immer mit Anstand und Respekt. Weil man muss ja auch wissen, was ist der Gesichtspunkt von dem anderen, um den anderen überhaupt zu verstehen. Um dann zu sagen, ah, das macht ja vielleicht Sinn oder es ist totaler Quatsch. Und da auch im Gespräch immer wieder von allen Parteien, die dabei sind, dann auch eine Einsicht dazu bekommen, Mensch, das macht ja mehr Sinn, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Also ich würde es erstmal jetzt analysieren, was ist die Kommunikation, wie läuft sie? Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass man da verschiedene Punkte findet, also Stellschrauben sozusagen, an denen man da stellen kann, um da eine offenere Kommunikation oder eine klarere Kommunikation zu entwickeln. Also ich glaube nicht, dass der eine mit dem anderen nicht redet, das sicherlich nicht, aber dass der Inhalt des Gesprächs, der Inhalt der Mail, der Inhalt der Information, dass das einfach ein bisschen transparenter wird. Und das würde ich jetzt mal jetzt, ohne da jetzt natürlich im Detail da drin zu sein, dementsprechend mir anschauen, analysieren und dann dementsprechend nach draußen zu gehen. Ja, also perfekt ist immer so eine Sache, also da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich sage mal, nach oben hin ist immer Luft, egal bei wem, egal bei was oder bei welchem Projekt oder wie auch immer halt. Also nach oben hin gibt es immer Luft, aber ich finde, wir sollten natürlich dann von dem Wohnraum schaffen, der von der Stadt in Eigenregie geführt wird und auch gerne von Investoren. Und das muss man sich natürlich immer genauer angucken, was da jetzt, wer investiert und wie ist der Vertrag und so weiter. Aber das würde ich dann dementsprechend schon beides im Auge behalten wollen, beziehungsweise das würde ich beides bejahen, erst mal so vom großen Überblick her, das mit Sicherheit. Weil das Ziel sollte sein, dass Maintal attraktiv ist und bleibt und vor allen Dingen, dass es dann bezahlbarer Wohnraum gibt und dass auch, ich sage mal, die Bürger in Maintal einfach ihr Leben bezahlen können oder hier auch sagen können, Mensch, hier macht es auch Spaß zu wohnen. Also ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, da kann keine Frage. Und das ist halt natürlich immer eine Frage, je nachdem, wie der Haushalt momentan aussieht. Ich habe mir den zwar ausgedruckt, die 6 und 8, 9 Seiten, aber bis jetzt noch nicht durchgelesen, das ist ganz klar. Aber ich finde, man muss halt dann schauen, dass man dann die Maintal Immobiliengesellschaft, dass man da jetzt mal schaut, was hat die jetzt für Räumlichkeiten, beziehungsweise was ist diese Maintal Immobiliengesellschaft und wie könnte man das jetzt erweitern. Warum? Weil das hat ja die Möglichkeit, das ist ja eine GmbH und das kann man ja wirtschaftlich betreiben. Und das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer, als wenn man aus der städtischen Sicht das Ganze sieht. Also da würde ich wahrscheinlich dann auch schon eher aus der Wirtschaftlichkeit heraus, aus der Stadt agieren, in der Form, dass ich dann natürlich in der GmbH dann dementsprechend das Wohnraumproblem, sage ich jetzt mal, dementsprechend handhabe. Ja, da ich ja das jetzt, ja, ich sage jetzt mal, gerade mit den Geflüchteten jetzt in den letzten paar Jahren in diesem Bereich gearbeitet habe und jetzt mit Lehrlingen, kann ich sagen, dass ich jetzt da speziell in Maintal, weil ich auch vom Beruf her mit Maintal auch zusammenarbeite, also mit den Sozialarbeitern, da ist das eigentlich von der Integration her, das funktioniert, das läuft. Was man aber dazusetzen könnte, ist noch definitiv ein Thema Ausbildung. Also damit meine ich ganz konkret, wenn jetzt ein Flüchtling hier wohnt, der dementsprechend, ich sage mal, in Hanau seine Ausbildungsstätte hat oder hier auch in Maintal, so, das Wesentlichste, und das ist meiner Meinung nach auch Integration, er muss Deutsch können oder sie. Die Sprache ist das A und das O und das ist das Wichtigste, dass da die Stadt auch ganz neue Wege geht, um dann da zu sagen, wir bieten jetzt, na jetzt ganz einfach dargestellt, ein paar Dozenten an, die dementsprechend dann, von mir aus auch fachberuflich, dann auf Elektriker, auf Schreiner, auf Kaufleute, je nachdem, was da der durchgängige Beruf ist, der am meisten jetzt erstmal gebraucht wird, dass man da aber Dozenten sich aussucht und sagt, ihr arbeitet für die Stadt und schult dementsprechend die Geflüchteten, natürlich auch alle anderen, im Endeffekt alle die, die es nötig haben. Weil, wenn wir sie integrieren wollen, jetzt gerade die Geflüchteten, dann ist die Sprache das A und das O und dann sollten wir das auch bis dahin unterstützen und versuchen zu integrieren, dass praktisch derjenige oder diejenige dann auch im Berufsleben stehen kann, weil sie oder er dementsprechend auch einen Beruf erlernt hat. Und dann geht es dann auch weiter und dann kann man das Kind sozusagen alleine lassen halt. Und das ist für mich das Wichtigste, sage ich jetzt mal, um da dementsprechend die Integration noch zu erweitern, sage ich jetzt mal.